jo leute was geht ab und herzlich willkommen zum neuen video hier auf meinem kanal heute spielen wir mal das erste mal die m 13 und schau mal wie es sagen wir mal let's go schauen wir mal dass wir jetzt was gutes hier reisen wenn gerade drüber aber einer weg ist sie gleich jemand also die waffe ist richtig geiler gefällt mir richtig gut macht gut schaden ist präzise aufpassen von hinten und heute kommen denn ja nein nein der einer steht oben der andere steht da hinten aber nur eingehört ich glaube die waffe ist richtig geil aber man muss sie auf jeden fall man braucht das schon ein paar gute aufsätze draufdecker nein erst jetzt mit der schrot da drin er soll ja so bei menschen nicht so spielen lecker sollten ich die aufhören näher also heute ist keine gute runde dabei okay okay nice so so das hat nicht gibt ab doch zu kommen den jetzt so zu pushen war wichtig und gut ohne raus sehr wichtig nächster ist auch weg na was hat er jetzt kommt hier so ein scheiß luftanschlag fack egal wir haben hier schon mal was hier würde ich sagen anfordern let's go nein haben wir rausgeholt nice go 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 nein läuft der dreifach abschluss immer außen an aller mal den weg stehen müssen hier belastend nice oh einer von uns nein digga er holt mich wirklich let's go und alle alle da was war denn das digga denn den typen kammer einfach nicht holen schon das zweite mal dass er mich jetzt holt so als hätte da was weiß ich alle let's go ja okay was kann ich sagen also ich finde die m13 auf jeden fall sehr sehr nice gefällt mir gut ich denke mal mit aufsetzen wird sie noch um einiges besser sein war jetzt nicht die allerbeste runde war es auch zum ersten mal dass wir die waffe gespielt haben ich habe auch ein bisschen kopf hier und nicht schlecht ich hoffe ich werde nicht krank ja aber zwar nicht zu zwölf ich denke mal das kann man dort zum stehen lassen ja wenn euch das video gefallen hat schaut gerne jederzeit wieder vorbeilassen daumen nach oben aber ein abo würde mich sehr freuen ich bin erstmal raus leute euer killkom ja ich bin Vielen Dank.